...zunehmen als Survivor. Ja? Ja, dann kriegst du zum Beispiel, ähm, Eisenschwert und sowas. Na ja, gut. Hä, ich hab die Schalte doch unbelegt, oder nicht? Ah ne, kann man erst wie nur zwei, wie war das noch? Ja. Wo sind denn die ganzen Zombies? Sind hier alle in ihrer Base! Er zurft. Ja, und jetzt bin ich selber Zombie, fuck. Jetzt kommt einer raus. Mhm. Schalter kann jetzt aktiviert werden. Bitch! Ach komm, stirb! Komm, Homosho, komm runter! Sehr schön. Ja, toll. Ich bin hier gerusht einfach durch. Wow, what the fuck! Ich muss was essen! Ich muss was essen! Hilf mir, Junge! Was? Komm! Verdammt! Verdammt! Nein! Nein! Er kriegt mich nicht! Er kriegt mich nicht! Er kriegt mich nie im Leben! Er kriegt mich nie im Leben! So liegt alles in dir, Hamstie! Nein! Ich will nicht die Kampfhandlung behindern! Kannst mich mal! Au! Ist jetzt getötet! Ist jetzt getötet! Auch mal nicht irre schlecht in dem Spiel, wenn es macht Spaß! Ich will jetzt alle wegmachen! Go, Hamstie! Pass auf, hinter dir! Hinter dir! Bogen! Da ist noch einer! Au! Ja! Der ist nicht ganz runtergefallen! Es ist stark! Ha! Theoretisch bist du jetzt da oben sicher! Theoretisch sagst du, ja! Das ist da unten das Wind Ding! Und praktisch eigentlich auch! Die brennen ja nämlich, wenn sie rauskommen! Das Ding brennt schon, okay! Oh! 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 Ze LG das kommt durch! Na komm! Trau dich raus! Na! Was ist? Ah hast du Aua! Oh hast du Aua? Hä? Die B했cht alle! Das doch zusammenstehen! Nein! Oh mein Gott, komm raus, ich steh hier oben, komm, traur dich. Ach du Arsch. Was ich nicht? Das ist aber ne Klon weg. Puh, wie viel Leben noch? Zombies, 10, was? Ja, waren schon 21, also du, sie sind dezimiert. Alter. Pass auf, da kommt einer dir, ne, da ist einer direkt über dir, aber. Alle Zombies wurden getötet. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. What the fuck? Geht's jetzt? Ich hab gewonnen.